Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Samstag-Nachmittags-Ausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Ja, wir sind mitten in der Ernte und verkaufen aber auch gleichzeitig noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Wurst. Das erste Mal überhaupt, dass ich Fleisch und Wurst zum Verkauf bringe. Aber wir haben einfach so viel, da bietet sich das an, das zu verkaufen. So, da geht es auch schon los mit dem Verkauf. Und, ähm, ja, Geld gebrauchen können wir natürlich immer. Ja, wunderbar. Ähm, ich weiß eigentlich im Moment noch nicht, was ich als nächstes verkaufen soll. Und daher lasse ich den Wagen jetzt erstmal hier stehen. Und kümmere mich hier um den Lexion, der jetzt wirklich alles verkauft hat. Wunderbar. Einmal abladen noch. Und dann ist fällig. 33 Geschichte. Da kann ich ihm einmal den Abfahrer wegschicken. Und damit war es das hier ja dann auch schon. Und dann kann der eigentlich ja zurück. Zurück zum Hof. Nicht wahr? Zum Rinderhof. Das ist Impul. Und dann muss ich mich, was ich nicht an das. Ich habe in meinem Grab pernen. Oder crown ich mich. 달 morally zurück. Das ist Montag. So, wie kommt es da? Das ist hier ja dann zum ersten Mal. Okay? Das istно. Joa, das dauert hier einen Moment, aber wir sind hier auf jeden Fall fertig mit der Arbeit. Ja, um den Klaas Axion kümmer ich mich gleich, seht ihr? Vielleicht brauche ich mich da auch gar nicht rumkümmern, vielleicht erledigt sich das auch von selbst. Das ist so gut. gleich sind wir da abfeld zwei wieso ist der da kein abfahrer gerade raps raps gerste diese fährt ja nicht wieso kommt er nicht also ich eben machen muss ich muss eben hier den abfahrer aufhalten so weil wir sind daher fertig mit der ernte weiß ich schon hier den den abfahrer weg stellen einmal schön vernünftig hier rein stellen und dann haben wir hier nämlich auch ordnung dann sind dann hier auch soweit fertig hier unten so aussteigen ich frage wunderte mich gerade dass es hier jetzt scheinbar so schnell ging mit dem mit der ernte schon ich habe ja doch tatsächlich schon ein ganzes ende aber ich habe natürlich die drei riesengroßen maisfelder noch gar nicht in betracht gezogen und da fangen wir dann auch erst an wenn wir alles andere fertig haben und dann gibt es die große häcksel party jetzt mal eben erstmal näher ran zoomen wenn ich hier sehe was ich hier tue ich will ja hier irgendwie meine mein fahrzeug unterstellen ok das haben wir was läuft denn alles hier wird fleißig verkauft die geld uhr rennt nach oben das ist schön ich muss kühe verpflegen die kühe haben durst das machen wir jetzt noch alles nebenbei was ist denn mit meinem abfahrer auf feld zwei warum fährt er nicht ab raps raps gerste der 900er wari was ist mit dem vielleicht sollte ich nicht nur oben auf die anzeigen gucken ich sollte ich auch darauf achten wo ich hin fahre ja nun ich weiß es spät nachts na los weg da haben wir zum glück keine kollision so lexion steckt im verkehr fest ja ich verstehen ja da musst du auch mal eben warten bis man dann aus dem feld gefahren ist mein gott da war auch voll hongst so wo steht der drescher warum das jetzt nicht funktioniert hat keine ahnung so 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 Fahren wir hier mal eben ein bisschen mit, bis der abgetankt ist. Das ist ja schön, wenn du jetzt hier wartest, alles super. Ja, da läuft alles, sehr schön, 11,5, ja, das ist gut, das ist auch alles gut. Oh, mehr passt hier gleich nicht rein, das ist schlecht. Da sind doch jetzt 14.000, 13.000 rein. Na ja, da würde nochmal eine Ladung reinpassen, passt. Und dann war es das auch, 1,3 Millionen habe ich jetzt verdient mit meinem Fleisch, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt muss nur das Bier teurer werden. Hopfen. Hopfen. 97 Prozent. Ja, erstmal die Ernte hier laufen lassen. Ist voll, oder wie? Ja, das ist doch schön. Dann kann ich ihn ja jetzt hier rausfahren. Ach, Lilly. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, kriege ich hier wohl nicht mehr weg. Guck mal, ich traue mir jetzt keinen Bock drauf, ey, echt nicht. Was ist er denn jetzt? Oh. Zang. Kann man schon mal einen haben? Hier muss noch einer liegen. Ja, bipartite. Oder wo ich? Ja, ich richtig. Hier läuft mir einfach. Ja. Ja. Da liegt er. Und noch einen. Wie gesagt, ich bin da ja nicht so wild drauf. Ich finde es einen schönen Nebeneffekt, dass man eine Million kriegt, aber wie ihr seht, wenn man das Spiel ein bisschen seine Produktion am Laufen hat, dann haben wir jetzt gerade eben zwischendurch schon 1,2 Millionen bekommen. Einfach nur dadurch, dass wir Ernte verkauft haben. Also Ernte eher nicht, aber dass wir wieso steht denn hier bitte eine Palette Bier. Das bestehe auch, wer will, ne? Die fehlte mir vorhin. Das habe ich wohl gesehen. Aber wie die da hinkommt, keine Ahnung. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir ein Kommentar. Abonniert mich. Sucht mich bei Facebook Friesenjung13 oder auf meiner Website Friesenjung13.de Und das würde mich alles tierisch freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge Let's Play LS17 wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Tschau. Tschau.